Wenn du nochmal gegen Ronaldo spielst, mit seinem Trikot zu holen, ich schwöre Noah, ich zahle dir jeden Preis, den du willst, ich spielst dir einen mit Video. Also wenn, wenn du, ey, ich schwöre es dir, so wie ich hier sitze Noah, wenn du irgendwann an das Trikot von Cristiano Ronaldo kommst und an mich denkst, ich stehe in deiner Schuld, hä? Hä? EGAL! EGAL! Wenn du das Trikot bekommst, ey, Digga, Noah, ich brech in Tränen vor dir aus, ne? Ich kann dir auch so reingeproganisieren, ich bin so schwer. Was hast du gerade gesagt? Ich kann ein Ding fragen. Wen? Okay, 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 Noah, du spielst hier gerade mit dem Feuer. Okay? Du kannst nicht sagen, du kannst Jaden fragen. Okay. Noah, du musst nur zuhören und machen. Du schreibst Jaden. Hey, wassup, bro? How you doing? Can you do a favor for me? Ich weiß nicht, ob das gefallen heißt, aber einfach jetzt mal so gesagt, okay? Ronaldo soll das Trikot unterschreiben mit seiner Unterschrift und für Willi und ein Foto so machen. Noah, ich schwöre es dir, ich fahre nach Salzburg, Kickdown und werde dir das geben, was dir keine Frau geben wird auf der ganzen Welt. Ja, du lachst. Ich kann auch sehr vieles machen, ich kenne auch sehr viele. Ich habe über 100 Lampen auf mein Handy. Falls du mal Single irgendwann bist. Boah, du hast mich gerade schon wieder so geil gemacht, ey. Boah, du bist Feuer. Phil. Boah. Untertitelung des ZDF, 2020